Ja, halli, hallo ihr Lieben! Ich freue mich sehr, dass ihr bei einem neuen Vlog von mir dabei seid. Und über dieses Thema möchte ich schon ganz lange mit euch sprechen. Und zwar über den meiner Meinung nach leider Rückschritt zur Schleichwerbung auf YouTube. Ich möchte aber auch darüber sprechen, welches Video muss man wie kennzeichnen, ohne dass das natürlich eine Rechtsberatung ist. Aber ich habe total das Gefühl, dass viele YouTuber gar nicht wissen, was sie da tun und auch, was das für Konsequenzen hat. Und ja, auch so ein bisschen mal über die moralische Seite sprechen, der Verantwortung, die man seinen Zuschauern gegenüber hat. Und ja, ich weiß noch nicht, vielleicht dauert das ein bisschen länger. Also nehmt euch eine Tüte, schwippt einen Kaffee oder whatever. Und ja, dann reden wir jetzt mal darüber. Ja, das Thema Schleichwerbung ist ja auf YouTube jetzt schon fast so alt wie die Menschheit. Na ja, nicht ganz, aber leider, leider müssen wir uns da schon sehr lange mit auseinandersetzen. Und ich finde, jetzt mal unabhängig von der rechtlichen Geschichte, die natürlich noch ungeklärt ist, aber vermutlich in Richtung Telemediengesetz gehen wird, hat man natürlich auch eine moralische Verantwortung seinen Zuschauern gegenüber, die total wichtig ist. Die Community ist das, was dich als YouTuber quasi groß gemacht hat. Und wenn du die verarscht, ja, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du die Quittung bekommst. Also mir ist leider aufgefallen, dass, ich sag mal, vor zwei Jahren oder so, war es irgendwie üblicher, Product Placements zu kennzeichnen. Oder Werbung oder wie man das denn auch immer nennt. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Leider gibt es in letzter Zeit einen Rückschritt. Und ich weiß auch, dass viele Zuschauer das sicherlich nicht bemerken. Aber ich bekomme ja als YouTuber auch die Anfragen. Und wenn dann sogar noch mit den Videos der anderen YouTuber geworben wird, wie toll das doch war und dass sie Summe XY bekommen haben und ob ich nicht auch sowas machen möchte, dann denke ich mir, ja, Mädel, das ist aber echt scheiße. Du hast da jetzt echt gerade deine Zuschauer verarscht. Und was mich daran so aufregt, ist, dass ich ja mit denen in einen Topf geworfen werde, obwohl ich schon seit Jahren dafür kämpfe, dass man sich einfach mal bewusst ist, dieser ganzen Konsequenzen, die das hat. Also ich höre häufig von YouTubern, ich will das nicht kennzeichnen, weil dann kriege ich Shitstorm und das ist voll doof. Und dann sage ich, ja, wenn du dich natürlich für jeden Scheiß für 100 Euro oder was weiß ich verkaufst, der total überhaupt nicht zu dir und deinem Kanal passt, du zur wandelnden Litfaßsäule wirst, dann musst du dich nicht wundern, wenn dann eben jedes zweite deiner Videos erkennbare Werbung ist, dass deine Zuschauer sich verarscht vorkommen. Das ist einfach so. Aber dann hab doch bitte auch den Arsch in der Hose und lebe mit den Konsequenzen deines Tuns, weil es zwingt dich ja keiner, das anzunehmen. Du kannst ganz viel absagen. Ich mache jetzt seit sieben Jahren YouTube und ich habe genau vier bezahlte Kooperationen gemacht, die ich auch schon, also die erste Kooperation ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auch da habe ich das schon sehr offensiv gekennzeichnet, habe das im Video gesagt, habe es in die Infobox geschrieben. Ich habe mit so vielen YouTubern gesprochen. Leute, lasst uns doch alle zusammen an einem Strang ziehen und das machen. Ja, was passiert? Dann kommt das böse, böse Fernsehen und deckt eine Reportage über Schleichwerbung auf. Und dann sind alle so, scheiße, hätten wir es mal anders gemacht. Ja, hättet ihr, Men. Aber das Problem ist, es kommt eine zweite, eine dritte, eine vierte Generation YouTuber und jeder macht es wieder falsch. Und das Lächerliche ist ja, dass es eigentlich bei den Zuschauern mittlerweile akzeptiert ist, wie oft lese ich in Foren oder auch unter den Kommentaren meiner Videos oder bei Twitter oder wo auch immer man unterwegs ist, Product Placement ist okay, solange es A, nicht so viele werden, es B, authentisch ist und C, das Video nicht so dahin gerotzt ist, sondern auch irgendwie Spaß macht, wenn, und jetzt kommt die große Ausnahme, das große Aber, aber nur, wenn es gekennzeichnet ist. Ich habe, ähm, das letzte Video, was ich gemacht habe, war eine Kooperation. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil es ist Netflix, ich bin riesen Netflix-Fan. Ich habe dieses Video im Titel, in der Infobox und während des ganzen Videos als Werbevideo gekennzeichnet. Warum ich das gemacht habe, sage ich euch dann auch gleich nochmal. Und ich möchte mich wirklich bei euch bedanken über das tolle, tolle Feedback, was ich dafür bekommen habe. Also es geht auch anders. Wenn man respektvoll mit seinen Zuschauern umgeht, ähm, dann kommt dieser Respekt auch zurück. Und wenn man eben kein Sellout betreibt, ist das auch mittlerweile so akzeptiert. Ich meine, hey, ich komme aus einer Zeit, ja, ich habe vor sieben Jahren, fast acht Jahren mit YouTube angefangen. Ähm, ich bin noch dafür gehatet worden, dass ich eine Pre-Roll geschaltet habe, ja. Also, äh, wir sind so viel weiter heute. Äh, echt liebe YouTuber, was macht ihr da? Vor allem, ihr müsst mal überlegen, ähm, jeder YouTuber steht mit jedem anderen YouTuber im Wettbewerb. Und es gibt ganz klare Wettbewerbsrichtlinien. Und wenn ihr ein, äh, Video nicht als ein solches Kennzeichen und ich das mache, habe ich Nachteile dadurch, ähm, rein vom Wettbewerbsrecht gesehen. Und man könnte anfangen, sich gegenseitig abzumahnen. Ich meine, natürlich ist das nicht toll und keiner wirft gerne den ersten Stein. Ähm, aber manchmal, da denke ich mir, boah, scheiße, jetzt den Anwalt sagen, hey, äh, XY macht das und jetzt gibt es eine fette Abmahnung. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Und das muss ja nicht mal ein YouTuber machen. Das kann ja, kann ja auch einfach ein Abmahnanwalt sein, der jetzt sagt, ey, ich mache jetzt Videos auf YouTube, dadurch stehe ich mit euch im Wettbewerb und bin berechtigt, das zu machen. Also, ne, so muss ja kein YouTuber sein. Dass ihr, dass ihr einfach da mal drüber nachdenkt, weil das hat ja tatsächlich rechtliche Konsequenzen, was ihr macht, von den moralischen, der Verantwortung der Community jetzt mal, ähm, äh, ganz abgesehen. Also, das hat ja, hat ja eben richtige Konsequenzen und das ist hier auch kein Kindergartenverein, ja. Also, manchmal, manchmal frage ich mich, ob das den YouTubern tatsächlich so klar ist. Ich meine, ihr seid auch alle jung und so, okay, ne, du, ich weiß auch nicht, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt, äh, 20 wäre und nicht, äh, so alt, wie ich jetzt bin. Ähm, das ist auch nicht einfach, aber ich habe da irgendwie das Gefühl, dass da auch gar kein Wille da ist, sich damit mal irgendwie auseinanderzusetzen, weil, also, da gibt es ja die wildesten Kennzeichnungen, ja. Also, keiner weiß irgendwie, wie, wie ist das und was greift denn da jetzt und wie muss ich es machen? Ähm, es gibt jetzt das erste Verfahren, äh, gegen eine YouTuberin, äh, weil sie ein Video als, äh, unterstützt durch Produktplatzierung, äh, gekennzeichnet hat und, ähm, aber eine Kaufempfehlung gegeben hat. Das dürft ihr nicht. Äh, wenn es eine Produktplatzierung ist, darf man das Video nur sehen, ihr dürft nicht sagen, ich mag das, das ist toll, das sieht gut aus, das funktioniert gut oder so. Das dürft ihr nicht machen. Also, du kannst tatsächlich, 80% der Produktplatzierung kannst du, kannst du sozusagen kippen, weil das nicht richtig ist. Schön ist dann auch, wenn es dann noch zu dem beworbenen Produkt einen Amazon Affiliate Link gibt. Auch das ist verboten. Du darfst an dem Produkt platzierten, äh, an dem platzierten Produkt nichts, nichts verdienen, ja. Also, wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, aber man kann sich da, ähm, ja, schlau machen und einfach gucken, was ist erlaubt, was nicht, ja. Dann gibt es noch, unterstützt durch Produktionshilfe, ja, wenn ihr zum Beispiel ein, äh, Einrichtungsblogger seid, ähm, oder ein Reiseblogger, ja, so kommt ihr eine tolle Reise geschenkt oder eben eine Einrichtungsmöbel, ähm, das ist alles in Ordnung. Auch die Lippenstifte, die ich zum Beispiel zugeschickt, die muss ich aus rechtlichen Gründen nicht kennzeichnen. Wie gesagt, moralisch, ne, Verantwortung der Community, da sind wir wieder auf einem ganz anderen Thema. Ähm, das muss ich nicht machen, solange das nicht mehr als 1000 Euro sind, ja, also wenn das Bett 999 Euro kostet, was ich dann von irgendeiner Firma XY bekomme, dann muss ich das nicht machen, ähm, wenn die Reise aber, äh, 1200 Euro kostet, äh, dann muss ich sagen, hier, Firma XY hat mich unterstützt, ähm, bei der Produktion durch Sponsern der Reise oder wie auch immer. Ähm, na, also das ist, das ist auch so eine Geschichte und dann gibt es eben quasi das Werbevideo oder wie man es aus dem Fernsehen kennt, die Dauerwerbesendung. Ähm, Dauerwerbesendung ist jetzt so, ach, ne, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das für Werbevideo zu machen. Ähm, das ist auch nicht so eine Verschleierung wie unterstützt durch Produktplatzierung, das ist einfach wirklich BAM in your face, jedem klar und ich kann machen, was ich will. Das heißt, ich mache ja, ähm, zum Beispiel eine Kooperation mit Netflix, weil ich Netflix geil finde, ja, und ich möchte nicht, ähm, quasi immer überlegen müssen, darf ich das jetzt sagen? Nein, muss ich das rausschneiden oder so? Ähm, dann mache ich es doch so und, äh, ich bin euch, wie gesagt, sehr dankbar, dass das bei euch so angekommen ist, ähm, dann bin ich raus, ja, ich muss da nichts befürchten, das ist wirklich super, mega, affenklar, ähm, da ist jetzt, äh, was passiert und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie viel, äh, Sachen ich ablehne, ja, ähm, ich hätte schon, ach, ich hätte schon dreimal auf die Malediven fahren können, äh, für das Geld, äh, was ich dann nicht mache, aber ich habe halt keinen Bock auf Sellout. Ähm, ich arbeite jetzt sieben Jahre an dem Kanal und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man eben coole Sachen macht, ähm, aber gut, das muss, äh, jeder YouTuber selber für sich entscheiden und, ja, wir gucken mal, wie sich das jetzt hier so entwickelt, ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr bedenklich, dass der Trend zurück zur Schleich, äh, Werbung ist und, ähm, das finde ich echt total schade und ich kämpfe dafür, dass, ähm, das vielleicht wieder anders wird. Naja, das war jetzt wirklich mega viel, ich möchte bitte, bitte, bitte euren Input in den Kommentaren haben, ich möchte mit euch diskutieren, ist euch das auch aufgefallen, wie seht ihr das, ähm, wie steht ihr dazu, äh, wusstet ihr diese ganzen Sachen, all sowas, äh, weil das einfach ein Thema ist, was mich zur Zeit total beschäftigt und, äh, da läuft auf YouTube definitiv, ähm, was falsch. Ja, das war jetzt ganz, ganz viel, äh, laberer Barber. Ähm, wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, dann könnt ihr den auf jeden Fall hier unten abonnieren, ich würde mich tatsächlich sehr darüber freuen und ich habe euch hier nochmal, ähm, ein Experiment verlinkt, äh, eines DM-Hauls, ich probiere mich nämlich aktuell ein bisschen aus, die Konzeption meiner Videos ein bisschen zu verändern und hab da totalen Spaß dran und das kommt bei euch auch super an, also da könnt ihr euch auf mehr freuen, wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch das doch auch gerne mal an und ansonsten sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Video, eure Coco. Coco.